Wenn Sie unter Liebeskummer und einer unbestimmten Sehnsucht nach was anderem leiden, dann sollten Sie das Buch Wilde Glut von Nalini Singh lesen. Da finden Sie alles. Ein Happy End, Männer, die um Frauen kämpfen und Frauen, die sich ihrer Selbstständigkeit bewusst sind und sich trotzdem in die Arme eines starken Mannes begeben müssen. Und dieses Buch ist wirklich sehr gut für Liebeskummer geeignet und es ist gut unter Zeitmangel, da hilft es auch weiter, denn es liest sich sehr schnell und sehr, sehr einfach. Ich schreibe es Ihnen auf und wünsche Ihnen gute Genesung. Vielen Dank.